Wir laden dich herzlich ein zur Sommerwoche nach Südtirol. Egal ob du ein Paar bist oder alleine kommst, du darfst mit uns gemeinsam im Urlaub für deine Liebe lernen. Wir freuen uns riesig auf dich, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Vielleicht kennst du das, solche Situationen im Ehebett oder vielleicht bist du auch nicht verheiratet. Das ist immer sehr unangenehm und solche Situationen, wo man vor dem Seminar nicht weiß, wie man die Themen löst, die lösen sich dann auf, wenn du mit uns mitkommst, schaffst du den Streitausstieg. Abwechslungsreich. Danke. Wir zeigen euch ganz bewusst ganz tolle Naturplätze in Südtirol, weil ihr dadurch in eine sehr hohe Energie kommt und dann die Arbeit an der eigenen Beziehung mit der traumasensiblen Paartherapie und den Methoden, in denen gemalt wird und auch zum Teil getanzt. Es gibt auch manchmal Tests, die man ausfüllen darf, wo viel Erkenntnis dran ist. Ganz, ganz viel leckeres Essen, meistens vegan und Ausflüge in die unglaublich schöne Natur. Manchmal trifft man auch ein Pferd. Ja, wir reinigen euch auf allen Ebenen mit Hilfe der Natur. Wir laden euch auch ein, an die Wasserplätze zu räuchern. Habe ich meistens was dabei und ihr dürft euch dann auch gemeinsam mit allen anderen einfach der Schönheit hingeben. Ein großes Highlight ist auch das Feuerritual, welches wir aus Blumen und Kerzen gemeinsam gestalten, wie ein schönes Mandala, meistens oben auf dem Berg und es dann gemeinsam anzünden. Die frische Luft dort reinigt euch auch, eure schlechten Gedanken oder Horrorvisionen oder Beziehung vielleicht werden könnte und der Berg steht als Symbol für deinen Weg. Das Aufsteigen ist manchmal schwierig und am Ende lockt das Badefass beim Alex. Wir freuen uns, wenn es euch nach der Sommerwoche so geht, dass ihr die Liebe wiedergefunden habt und wir freuen uns sehr, wenn ihr nächstes Mal dabei seid.